Ja, Sky Deutschland, das ist der Fernsehsender Sky, das heißt also wir haben in ihrer Umgebung eine Programmoptimierung, ne? Und da sind wir mit einer Sonderaktion von Sky unterwegs und das wollten wir Ihnen einmal anbieten. Ja, und was haben Sie für Power angeboten? Ja, das kommt drauf an, was schauen Sie denn gerne im Fernsehen? Das mache ich mal so. Porno. Für Pornos? Ja. Ja, die können Sie sich dann auf Abruf alle anschauen. Sehr gut. Was soll das kosten? Also das Grundpaket, das ist da wohl 16,99 Euro, ne? Das heißt, da haben Sie dann über 7.000, also Sie haben 50 Sender, die ganzen Skybox-Sets haben Sie dabei und natürlich, wie ich schon sagte, 7.000 auf Abruf Filme, die Sie sich dann jederzeit dann eben anschauen können, ne? 7.000 Erotik-Film, 7.000? Nein, aber mit dabei, ne? Also 7.000 insgesamt. Wie viele da nun drin sind, das weiß ich. Und wir haben auch den Sender, der im Programm mit dabei ist, das ist der Sender Beate-Use-TV ist zum Beispiel dabei. Oh, kann man da so, ist das so ein Programm, das kann man so Bad Plug und Blowjob und sowas, kann man das auswählen oder muss man das feste Programm nehmen? Nein, da ist es, was da ist, aber wie gesagt, in den Filmen, die Sie aussuchen können, da ist, sag ich mal, alles dabei, was Sie sich da eben aussuchen können. Das ist denn so eine Liste mit Unterkategorien und das können Sie sich alles aussuchen. Können Sie mal reingucken, weil die schon länger einen Film suchen, ob man kann mal den bei Ihnen angucken? Ne, das weiß ich, ich kann ja nicht die einzelnen Filme hier raussuchen, das weiß ich, ich kann Ihnen nicht sagen, ich weiß nur, dass da viele Erotik- und Sexfilme etc. laufen, die Sie sich dann auf Abstand anschauen können, auch jede Kategorie. Das ist natürlich, haben Sie Alarm im Darm? Das weiß ich nicht, also, ich kenne nur nicht jeden einzelnen Porno und Alarm im Darm oder so, das sagt mir so jetzt nichts. Na gut, und was soll das denn beim Monat-Kurs stehen? Das wären 16,99 Euro, das ist eben das Rundpaket, ne? Ja. Und da können Sie sich dann eben auf Abruf eben auch sich Ihre Filme anschauen, also das sind eben noch 50 Sender, die Sie haben, wie gesagt, mit Beate-Use-TV, mit Ein drum und dran. Ja. Wo Sie dann auch noch andere 50 Sender für normales Fernsehen haben und wie gesagt, und auf Abruf ist eben das, was Sie sich dann eben online, wenn Sie den Rekorder, anschließen, eben sich anschauen können, wo Sie sich dann eben auf Abruf sämtliche Filme anschauen können. Und das kann man, ist das dann ein Programm oder kann man das immer angucken? Nee, das ist immer, das ist ja das Schöne, also jederzeit auf Abruf, so oft Sie wollen und auch zu welcher Uhrzeit Sie wollen, das ist ja eben das Schöne auf diesem Videoabruf, ne? Ja, das heißt, kann ich bei Morgen gucken oder bei Mitternacht gucken, das ist egal. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sie entscheiden das ja, das ist ja das Schöne, das ist geil. Also Sie entscheiden jeden Film, den Sie schauen, entscheiden Sie, wann Sie ihn gucken und wie oft Sie ihn auch gucken, ne? Und auch kostenfrei, also das ist in den 1699 mit drin. Inja, ist, habe Sie den Filmaufstand in der Lederhose? Das kann ich, ich weiß nicht, die einzelnen Filme, also diese Grundsachen haben wir, aber wie gesagt, die einzelnen Filme weiß ich nicht, die kann ich Ihnen nicht sagen. Ach so. Ne, also es sind da Filme auf alle Fälle, aber ob wir den nun speziell haben, das weiß ich nicht. Inja, und ab wann kann man das dann gucken? Wie meinen Sie, ab wann? Ja, das heißt, Sie würden das dann von uns zugeschickt bekommen, Sie schieben dann die Smartcard rein und dann können Sie dementsprechend sich das dann, Sie sind mit der Annahme des Paketes so freigeschaltet und können sich das dann sofort anschauen. Ja, also reinschieben, wo soll ich die reinschieben? Die Smartkarte, Sie kriegen von mir einen HD-Plus-Festplattenrekorder, wo Sie das auch aufnehmen können und wo Sie rauf Sie dann schauen können, ne? Ja, und... Die kriegen Sie ja gratis dazu. Und ist das ein Fest in der Databank oder werden da auch neue Sachen dazukommen? Ne, das ist ein Festplattenrekorder, ne, ach so, Sie meinen jetzt die Filme, nein, da kommen immer jeden Monat neue Filme natürlich rein. Ja, was ist, wie viel hat man da so ungefähr? Also insgesamt sind es 7.000 Inhalte, ne? Ja, ja. Da haben Sie knapp 5.000 Filme dann. Ne, und das ist eben in verschiedene Kategorien sortiert. Wie viel, sag ich mal, Sie nun an diesen Erotik-Filmen dabei haben, das kann ich Ihnen von Ihnen nicht sagen, ist aber einiges auf alle Fälle. Und jeden Monat wird es aktualisiert, ne? Ja, und wie viel kommt da bei einem Monat dazu ungefähr? Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ach so. Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es so, diese Bank wird immer mehr. Das heißt, vor 3-4 Monaten hatten wir gerade mal 5.000 Filme. Jetzt sind es insgesamt schon 7.000 Filme. Und in jeder Kategorie kommen natürlich dann auch Filme dazu. Und das sind auch denn aktuelle Filme? Das sind auch aktuelle Filme, ja. Das ist, weil, äh, ich wollte jetzt mit, äh, mit einem Kumpel, der sagt mir, du musst unbedingt mal, äh, der Pizzamann mit der dicke Salami gucken. Aber ich kann das bei Internet nicht finden. Und das hab ich ja vielleicht, kann man das bei Sie angucken. Ja, also wie gesagt, da sind sehr viel Erotik und Pornos dabei. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen eben nicht sagen, was dabei ist. Ja, das ist, das ist ja auch nicht schlimm, weil das ist ja eine große Auswahl, da kann man ja durchgucken. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ob da nun irgendwie der Pizzamann mit der dicken Salami oder so dabei ist, wie gesagt, ich kann Ihnen das nicht sagen. Aber es sind eben auch sehr aktuelle Filme, die da reinkommen. Und wie gesagt, 1699 können Sie sich das dann auch alles dann dementsprechend abrufen. Ja. Und Sie können in dieser Mediathek, können Sie dann auch nachschauen, gibt es verschiedene Kategorien und so weiter. Wie gesagt, was da jetzt genau drin ist, da bin ich nicht so bewandert, aber auf alle Fälle wird jeden Monat aktualisiert, ne? Ja, und kann man da auch so aktuellen Filmen von Kino, wie Spendmina dort gucken? So was, ja gut, das wird dann, sobald Sie dann aktuell raus sind aus der Mediathek, können Sie das natürlich auch schauen, ne? Sehr gut, sehr gut. Und es ist auch so ein Serienprogramm. Wie bitte? Serien, so Schulmädchenreport und sowas. Ja, wie gesagt, Sie sind auch in diesen 7000 Inhalten, sind also Serien dabei, da sind Filme dabei, da sind auch noch Dokumentationen, sag ich mal, für normales Programm dabei. Und deswegen sage ich, das müsste man sich am besten vor Ort mal anschauen, da können Sie dann das einmal sich dann komplett anschauen und das wäre dann natürlich möglich, klar. Ja, und Sie haben, das Einzige, was wir in Einmalkosten haben, sind einmal die 12,90 Euro Lieferung und die Aktivierungsgebühr der SmartCard, das Sie schauen können, haben wir anstatt 59 Euro einmalig 29. Und monatlich sind es immer nur 16,99 und dabei bleibt das dann. Und was war jetzt das Angebot, von dem Sie gesprochen haben? Ja, das ist für 16,99 das Paket. Und was kostet normal? Normal kostet das 30 Euro. Oh, habe Sie das selber zu Hause? Ähm, ich habe das selbst zu Hause, ja. Ja, äh, habe Sie, habe Sie, habe Sie, ja, bitte? Ja, ich sage mal, ich schaue mir da, ähm, sage ich mal meistens etwas andere Sachen an, also. Also können Sie mir auch, äh, nichts sagen, ob Sie an alle Stufe roter sind? Boah, das kann ich Ihnen nicht sagen, also ich kenne nicht jeden einzelnen Film, ne, also. Ja. Diese Filme, die Sie mir jetzt alle genannt haben, sagen mir so nichts. Also ich weiß, wenn ich da mal durchschaue, dass da viele Filme dabei sind, das weiß ich. Aber wie gesagt, nun, welche Filme weiß ich nicht, ne? Ja, aber es gibt ja auch so einen, das ist, äh, der längste Filmtitel von Deutschland. Die haben dafür auch einen Preis bekommen, das heißt Darmstadt. Hier findet der Verkehr in Darmstadt. Ich habe, das, also, Sie kennen Filme, das ist unglaublich. Ja, natürlich, das ist, äh, das ist so ein Hobby von mir. Ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen da wirklich die einzelnen Filme wirklich nicht sagen. Also, das ist das, was ich sagte. Möge, ja. Sie haben ja auch, wenn ich Ihnen das zuschicke, haben Sie es ja immer 14 Tage Zeit zu testen. Ja. Sie können da dann die ganze Videothek durchschauen, können dann schauen, was da für Filme sind, etc. Und dann können Sie ja schauen, ob Ihnen das dann eben gefällt oder ob Ihnen das dann eben nicht gefällt, ne? Ja, das ist sehr gut. Möge Sie so Actionfilmen? Genau, das ist eher so mein Metier, genau. Ja, dann kann ich, äh, kann ich Ihnen eine Empfehlung machen, da können Sie mal die Pimmelpiraten 1 bis 5 gucken. Das ist sehr gut. Und auch ein bisschen Knistererotik mit Ihnen, aber auch viel, viel Kampf mit, äh, also die Kämpfe dann nicht mit die Seppel, sondern mit anderen Sachen. Ja, das kann ich mir denken, ja, genau. Ja. Oder, wenn Sie, wenn Sie vielleicht jemand, äh, eine Frau kennen, die mag eher so Frauensachen, da gibt es auch solche Sachen wie Drei Schwängel für Charlie. Okay, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auf alle Fälle schon einiges an Facts gelernt heute von Ihnen. Ja. Ne, und, wie gesagt, als ich kann Ihnen... Fick it like Beckham. Ja, okay, mag sein. Ich kann Ihnen da gerne das einmal zukommen lassen, dann können Sie sich die ganzen Filme anschauen. Wie gesagt, für mich persönlich sind die so nix. Ich bin eher so, äh, wie sagt, Actionfilm, der mit anderen, ähm, Sachen fechtet, ne, und... Oh, 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 oh. Ja, ich kann Ihnen, ich kann Ihnen das gerne, wie gesagt, zukommen lassen, dann können Sie sich das gerne einmal nachschauen. Also, das können wir gerne einmal tun. Habe Sie das schon mal mit einer Lava-Lampe probiert? Nein, noch nicht, aber wie gesagt, also ich glaube auch dann, also das ist nicht so mein Ding, also wie gesagt, entweder ich lasse Ihnen das dann zukommen, dann müsste ich es hier suchen, oder eben dementsprechend nicht, ne, also. Und wie lange wird die Lieferung dauern? Zwei bis drei Werktage. Und ist es dann, ja, bitte? Wenn wir es heute rausschicken, also für die Gp 17 Uhr geht das heute noch raus, dann müsste das Montag, spätestens Dienstag, denke ich mal, bei Ihnen sein. Und muss man dann noch, wie bei Telefon oder Internet, muss man dann noch gewartet machen, oder kann man das einfach reinstecken und loslegen? Ne, einfach los, das ist mit der Paketannahme automatisch, ne, das heißt, Sie nehmen das an, die Smartkarte kommt, die Smartkarte kommt dann da rein und dann können Sie gleich loslegen, ja. Aber muss man da Gleitgel nehmen, oder kann man das so reinstecken? Ne, also die Smartkarte können Sie so reinstecken, da brauchen Sie kein Gleitgel für. Ne, also ist das quasi wie bei den Filmen Schwänze raus in ein Krankenhaus, so kann man das machen. Ich kenne die Filme nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen, also, also, ja, möchten Sie das denn jetzt haben, oder soll ich Ihnen das dann nicht schicken? Ja, also, wie lange ist der Vertragzeit denn, ist das ein Jahr? Zwölf Monate ist das, ja, genau. Wird das beim nächsten Jahr dann auch noch so günstig bleiben? Ne, Sie müssen dann rechtzeitig kündigen, ne, und dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie das im zweiten Jahr dann eben auch so günstig haben wollen oder nicht, aber Sie sind nicht verpflichtet, den teureren Preis zu nehmen, weil Sie gesagt haben, das würde dann regulär 30 Euro kosten. Ja, aber das wird bei zweitem Jahr dann auch bei 16 Euro bleiben? Genau, richtig, das ist ja, Sie kündigen, Sie rufen dann an und dann bis zu 16,99 weiter, ja, genau. Das ist sehr gut, ist, äh, möchten Sie vielleicht, weil wir haben so, äh, so eine Club, möchten Sie vielleicht für die Programme, dass wir, äh, für Sie Filme machen? Nein, danke, frage ich mich, ja. Das, äh, kann man da vielleicht mal mit Programmmanagement, äh, ein E-Mail besuchen? Ne, leider nicht. Ja, das können Sie, können natürlich zu Sky schicken, das können Sie natürlich gerne machen, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, ich will ja, ich will den da ja nicht einfach, äh, Hardcopper nur schicken, da muss man ja vorher fragen, möchte Sie das, äh, prüfen, für das Programm? Genau, einfach an Skyzone schicken. Aber das ist ein anderes Thema, wir müssen jetzt erstmal sehen, möchten Sie das jetzt haben oder nicht? Ja, sehr gerne. Ja, dann müsste ich Sie hier aber einmal suchen, wie gesagt, dann müssten Sie mir noch einmal, wie gesagt, die Telefonnummer, die Sie mir jetzt gegeben haben, ja? Ja, kann man das auch auf ein Firma-Name machen? Ne, das, ne, ne, das geht nur auf Sie, also nur auf Sie privat geht das. Und weil ich wollte das für, äh, für den Club haben? Achso, ne, das geht leider nicht, das tut mir leid, ne? Und wenn ich das, äh, kann ich das auf meinen Namen machen, aber bei Adresse von dem Club, ist das magbar? Das, das geht, ja, bloß wie gesagt, wir müssten Sie dann, aber erstmal einmal, wir haben Sie angerufen, wir müssen Sie hier einmal dann rausfinden, ne? Das geht natürlich. Ist das, äh, ist das dann Steuerbezug, wenn ich das mache? Oder kann man das machen? Das kann man natürlich machen. Ja, können Sie dann einmal bitte aufschreiben? Na, Sie müssten mir einmal noch mal Ihren Namen geben, ich muss Sie erstmal suchen, das heißt, ich muss Sie dann gleich eh zurückrufen unter dieser Nummer, ja? Ja, das ist, äh, Parkplatz, Bums Club Hamburg. Ja, okay, ne, das, also das geht leider nicht, das tut mir leid. Also, wie gesagt, ich würde sonst jetzt auch das Gespräch beenden, ja, weil das bringt so nichts, ne? Soll ich Ihnen einmal eine Einladung schicken? No!